1. Das Verhalten beim Falschbinden Ich brauche für den CV noch schnell richtig, richtig gute Truppen. Ah, der hat sich bestimmt verdrückt. Das kann mal passieren und der auch. Ja, das ist schon in Ordnung. 2. Das Verhalten beim Angriff Der Gegner war aber auch gut. Der hat es irgendwie verdient, meine Base fast zu 3-Staren. Und so viel Loot war es ja auch nicht. 3. Die Gembox Was sind das immer für komische Kisten? Und dann dieser blöde Regenbogen hier noch. Die könnte der Spielehersteller echt mal lassen. Die Nerven voll. 4. Riesenbomben Die Riesenbombe habe ich natürlich gesehen. Deswegen habe ich ja auch nur einen Barbar gesetzt. 5. Die Sprungfalle Endlich mal wieder eine Sprungfalle. So hoch springen die Schweine sonst nie. So und das soll es auch schon mit meinen 5 Dingen, die kein COC-Spieler sagen wird, erstmal gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn dies der Fall ist, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und natürlich dürft ihr auch, wenn euch mein Channel gefällt, mich gerne abonnieren. Ich wünsche euch Wasser und ihr haut bitte rein.